Jo Leute, willkommen zurück zu Final Fantasy XV und ja, ich würde sagen, dann machen wir mal die Jagdaufträge, weil wir hatten ja vor, da wir Geld brauchen und so weiter. Wie viel Geld haben wir eigentlich? 1925. Ah, ging doch schneller als ich dachte. Und ich würde sagen, machen wir ja mal schnell. Und wir müssen auch ein bisschen aufgelabelt werden. Dann, ich schätze mal so drei Level machen wir noch und dann würde ich sagen, machen wir mit der Stormy weiter. Also bis Level 35 jeden. Das wäre dann okay, weil später im Moment Aufgaben, weil zum Beispiel das schon Level 23. Ja. Oder wir machen auch ein bisschen länger, damit wir ein bisschen Geld im Fettor haben. Können wir eigentlich auch machen, weil wir brauchen auch, naja, Ausrüstung, also bessere Ausrüstung und so weiter. Das heißt, was für ein Schiff? Achso, ja, im letzten Part hat man gesagt, wir werden ja in ein Schiff irgendwo hinfahren. Schatz ich mal. Wenn nicht, dann tut es mir leid, wenn ich es gespoiert hätte, aber gut. Ähm, ja, wohin geht es jetzt als nächstes hin? Oh. Aber erst mal. Löcheln. Ähm, ja. Stopp. Äh, nein. Oh, verdammt. Ähm. Kann ich mal dann nach oben hin? Dankeschön. Das ist mal ein Überblick. Und jetzt. Oh, das sind ja Skorpione. Die ein bisschen stärker sind. Viel stärker. Ah, dankeschön. Äh, Ignis ist ja unser Mann jetzt. Moment. Oh, Moment. Ähm, ja. Tod. Oh, dankeschön, Prompto. Aufgabenmoment, nee, Ausrüstung. Prompto. Äh, nicht Prompto meine ich. Ignis. Das ist bis Level. Moment. Level 8. Gut, das dauert noch ein bisschen. Ach, komm. Wir haben die Gelegenheit jetzt. Oh mein Gott. Ein Glück, dass wir eingekocht haben. Prompto. Okay. Und Ignis. Ja, wir müssen uns aufnehmen. 100 pro. Gut, erstmal sammeln. Dankeschön. Okay, ähm, aber erstmal. Königswaffen. Lass mich in Ruhe, sonst stirbt ihr. Ihr stimmt eh sowieso. Dankeschön. Und jetzt bist du tot. Und der Nächste. Okay, schnell weg. Äh, ich muss mich regenerieren. Ich hab lieber hier hinten. Ja, ich bleib hinter mir. Ist schon okay. Äh, ja. Gut. Prompto. Du verdienst einen Heiltrank. Gut, dann würde ich sagen. Ey, lass es ihnen in Ruhe. Äh, Ignis. Oder. Ja, stimmt. So, jetzt sind wir alle beisammen. Und jetzt können wir alle so töten. Ey, lass mich in Ruhe. Gegenlässt, ich bräuchte... Oh, das war mies. Aber eigentlich wirst du nicht mal vergiften können. Und schon haben die mich gekillt. Freil mich. Hallo, du bist jetzt dran, mein Freund. Moment. Wir brauchen Schnelligkeit eigentlich. Ey, dein ist ja noch übrig. So. Da haben wir ein bisschen bessere Chancen. Gut. Ach, Ramo. Dich brauchen wir nicht. Oh, nee. Tut mir leid. Ich hab keine Lust, ob diese Imperialisten... Ja. Zum Glück, ne? Aber eigentlich war das ja nicht so schwer. Äh, ja, hallo. Dankeschön. Und hier oben ist noch irgendwas. Oder... Ne, hier hinten. Auch Leiner-Kartoffel. Gut. Noch eins? Okay. Gucken wir mal. Oh, ganz nah sind die sogar schon. Hey, sie haben sogar eine Flagge. Komm. Dich wollten wir nicht mal. Verdammt. Wir müssen weit weg gehen. Von dir eigentlich. Ey, wir müssen uns unauffällig bewegen. Komm, wir erledigen die mal. Mann. B sogar. Oh. Hä, wir werden einfach so entdeckt. Okay. Okay. So, ihr seid jetzt... Oh, verdammt. Hallo. Oh, nee. Meine Fehler hast du getötet. Verdammt. Von drei. Same to you. Ey. Lass mich in Ruhe, ja? Du bist tot. Und jetzt du auch noch. Hast du verstanden? Noch einmal und ihr seid tot. Allesamt. Ohne Gnade. Moment mal. Wie viel mehr wäre er? No, 42. Okay. Warte, was? War das ein Fehler? Ich weiß nicht. Ignes. Ignes. Warte, was? Halt dran, schnell. Oh, verdammt. Alter, es war knapp. Ich brauch super Elixier. Dankeschön. Oh, es Ignes sammeln. Genau, dankeschön. Da ist ja der gute Ding, Spieler beliebt worden. Verdammt. Die sind zu viele. Da muss ich aufpassen. Wisst ihr? Ich nehme jetzt meine Königswaffe. So. Eigentlich müsst ihr jetzt sterben. Hey, lass Milch in Ruhe. Verstanden. Okay. Schnell und Ignes. Ich brauch deine Hilfe wieder. Oh, dankeschön. Erst mal kurz Ausrüstung. Gucken wir mal, wie ich ein Level-Egnis ist. Level 3. Nice. Gut. Ihr seid jetzt tot. Und hier können wir eigentlich sehr gut auflemmen jetzt. Meistens, da einer an Level 44 ist. Oh. Jetzt wird mich nicht nerven sollen. Jetzt stirbt ihr einfach. So. Mit meiner Königswaffe. So. Wer ist der Nächste dran? Ach du. Du mit der... Äh. Ja, jetzt bist du auch tot. Niemand. Äh. Nervt uns. Verstanden? So. Jetzt bist du tot. Okay, jetzt. Okay. Jetzt bist du dran. Du dort hinten auch. Kannst du bitte mal sterben? Okay, noch einer ist übrig. Ignis. Ignis. Äh. Ich mach deinen Hilfe. Dankeschön. Und jetzt bist du dran. Nee, nee. Wir wollen, dass du stirbst. So. Jetzt bist du tot. Technik 10. Naja. Es könnte eigentlich besser laufen. Und w... Oh. Wenig XP. Verdammt. So. Ein Level 44er. Das war ganz schön anstrengend. So. Dann würde ich sagen. Gehen wir dort hin, ne? Und. Ja, Mann. Haben's durchgeschafft. Hm. Kommt mir irgendwie da auch noch hoch? Ich hab mal nur... Äh. Moment. Moment. Moment, wer ist da? Hä? Bestimmt Level 2 Gegner. Oh. Tut mir leid. Level 5 Gegner. Okay. Aber ich würde sagen, wir trotzdem weitergehen. Hallöchen. Hallöchen. 300 Meter. Also insgesamt noch. Ja, dann gebe ich in eine Abkürzung. Hoffentlich geht das auch. Haha. Oh. Moment. Äh. War das eine dumme Abkürzung? Ach komm. Wir können halt ein bisschen spazieren dann. Dann ist unser guter Raiden auch schon ein bisschen aufgelevelt. Und hoffentlich bekommen wir gleich einen schönen Level ab. Okay. Dann, äh. Moment. Wo ist jetzt das Restaurant? Ach, da. Genau. Dankeschön. Dankeschön, Junge. Ja. Wollte mal erst ein MI gesehen. Was ist ein MI? Okay. Oh ja, wir haben es geschafft. Oh. 3000. Oh. Jetzt haben wir 5000. Also über 5000. Ja. Gut. Äh. Vielleicht später. Aber. Naja. Brüngende Bestien. Level 27. Oh mein Gott. Level 4. Ein Kaktor. Ne. Ein Kaktorius. Oh. Tut mir leid. Die beste Sterbe bedingen keine. Tagsüber. Hm. Wollen wir das jetzt machen? Ach komm. Machen wir jetzt mal. Gut Glück zu dir. Ja. Ja. Weidmann Sell. Oder wie das heißt. Take care out there. Ja. Hört sich aber sehr viel diebri an, ne? Okay. Wohin geht das jetzt? Ach. 900 Meter. Das schaffen wir doch. gut. Dann gehen wir dorthin. Rüberspringen und. Rüberspringen. Ach einfach durch den Berg, schätze ich mal. Ja. Um den Berg herum. Ja. Ja. Komm her. Gut. Ein Lächeln. 700 Meter. Okay. 750. Hey. Ignis. Das ist mein Ding. Dort hinten zu laufen. Aber haben wir uns verstanden? Mensch. Immer dieser. Diese Gefährten. Die immer so tun, als wären die cool. Und das beginnt nur mit allen könnten. Ja. Habe ich auch genug von ihm. Nein, er ist wirklich gewalttätig. Oh. Ja, ja. Wir wollen nichts von denen. Oh, nee. Oh, nee. Weg. Ich habe keinen Müssen mehr auf diesen Level 44er Gegner. Wir müssen auch noch aufleveln. Für die. Nee. Den habe ich wirklich keine Lust. Tut mir leid, Leute. Einfach weiter. Kein Schäppiches. Wird sie. Oha. Haha, wäre schön. Naja, irgendwie nicht. Stufe 6. Seht ihr? Schuhefältigkeit. Chikobo. Chachacha. Dein Chikobo baut mit einem niedlichen Panzer auf und steckt somit hilfreiche Zustandsveränderungen. Ja. Wir haben ihn jetzt ein bisschen aufgelevelt. Und bald können wir es gegen Ignis und Gladius antreten. Jammer. Ich freue mich schon drauf. Okay, wir müssen jetzt gegen 5 Gegner antreten. Das wird ein harter Fight. Okay, los. Okay, jetzt müsst ihr eigentlich sterben. Gegen Level 7. Oh, da. Sind zwei. Du willst mir keine Zustandsveränderungen machen, wie es da stand? Okay. Oha. Ich muss kurz gucken, was das... Moment. Oh. Haha. Es ging doch. Oh, ich sehe gerade, Speere sind wohl sehr effektiv gegen diese Gegner. Ey, warte. Ey, warte. Genau. Warte, warte. Oh, verdammt. Das schaffe ich wirklich irgendwie gar nicht zu treffen. Großhorn. Okay. Ey, Moment mal. Von zwei, das war mies. Ey, lass ihn dorthin in Ruhe. Haben wir es verstanden? Gut, äh, Ignis. Ignis, sammeln bitte. Dankeschön. Ähm, wenn wir Glück haben, können wir jetzt einen Gott eigentlich, äh, einen Gott beschwören. Und das wird dann einfacher. Aber man soll sich lieber nicht an die Götter verlassen, denn, ähm, muss sich lieber... Wow, wo kommst du denn her eigentlich? Man muss sich lieber an seine eigene Stärke, äh, orientieren. Also verlassen. Oh. Nice. Gut, ähm, eigentlich bis jetzt... Solltest du jetzt tot sein. Haben wir es verstanden? Ich hab nicht gefankt, ob ich... Ob... Oh, tut mir leid, Leute. Ob du mich verstanden hast. Ähm, wow. Sammeln, bitte. Gut, ich will eigentlich nur aufleveln. Also die Fähigkeiten. Damit die ein bisschen stärker werden, unsere Gefährten. Gut. Hallo? Ey, warum... Hallo? Ey, haha. Hättest gedacht, oder? Hallo? Dankeschön, jetzt musst du eigentlich jetzt sterben. Okay, wir haben einen. Fehlen nur noch... Vier. Oh, das war knapp. So, jetzt. Hallo? Du musst jetzt sterben, haben wir uns verstanden? Ignis? Okay. Ähm, ich muss eigentlich kurz mal weg... Also einen Warp-Punkt setzen. Moment. Warp-Punkt. Irgendwo... Weil ich hab fast kein Dings mehr... Ach, wisst ihr? Mir ist das jetzt egal. Ich mach das jetzt und... Basta. Okay, das ist doch ein bisschen schwieriger. Ich brauch einen Warp-Punkt. Äh, Warp-Punkt, Warp-Punkt. Oder ich warte... Ich warte hier mal. So. Lass dich mal in Ruhe. Okay, wir haben jetzt die Doppelhorn erledigt. Jetzt brauchen wir noch die Großhörner. Ey. Das war nichts. Aber gut. Ignis, ich brauch kurz eine Hilfe. Gut, äh, Ausrüstung, der gute Ignis hat. Okay. Er braucht noch... Insgesamt... Drei Level und 40%. Ha. Oh, verdammt. Okay. Ähm, jetzt musst du eigentlich sterben, mein Freund. Okay, ich brauch die Götter kurz mal. Götz-Hilfe. Aber das würde dann One-Hit bedeuten. Daum warten wir ein bisschen noch. Ey, lass mich mal. Okay. Du lässt mich in Ruhe, ich lass dich in Ruhe. Ey. Wow. Wow. Sinnvoll. Ich bleibe hier bei hinten. Und jetzt würde ich sagen, du stirbst. Ignis. Wenn ich ein bisschen beschneidige, aber... Ja. Ey. Mann, die nerven wirklich gewalttätig. Mehr als sonst. So. Okay, er wird jetzt bestimmt gleich vorwenden. Okay. Dann machen wir jetzt so. Königswaffen. Äh, ja. Jetzt kriegen wir doppelte Schaden. Und ich würde sagen, wir nehmen die Königswaffen. Oder auch so. Moment. Vielleicht möchte er sterben. Oder auch nicht. Oh, ich bin sogar fast tot. Verdammt. Ich mach wohl gleich Ignis. Ignis. Sofort, bitte. Dankeschön. Du bist mein Retter. Fast wäre ich sogar tot. Gut. Ähm. Ey. Was war das denn gerade? Okay, Moment. Du. Müsstest. Jetzt. Sterben. Gut. Du bist gleich dran. Wir erledigen. Erstmal dich. Ey. Was sollte das denn gerade? Oh, da könnten wir einen Wartpunkt setzen. Moment. Oder auch nicht. Da bleib ich grad hinten. Oh ne. Promto. Mensch. Promto? Bitteschön. Ähm. Ignis, kannst du mir mal helfen? Okay, dann mach ich mir recht. Sammeln. Los, mach mal. Ah, Dankeschön. Es wäre jetzt voll mies, wenn jetzt die Imperialisten kommen würden. Das wäre jetzt wirklich... Ich glaube, ich hätte das lieber nicht sagen sollen. Man weiß ja nie. Oh, wir haben sogar Stärke bekommen. Nice. Obwohl, wir brauchen wirklich neue Waffen, weil... Seht euch das mal an. Wir machen kaum Schaden. 300. Und ja, ich mach sogar auch 129. Wir brauchen neue Waffen. Und ja. Harthoof. Ja, gut. Wir müssen uns neue Waffen kaufen. Aber das kannst du, ich schätze mal teuer. So, pro Waffe 5000. Und wir haben gerade 5.000. Gut, Moment. Ignis. Dankeschön. Wir bekommen sogar Stärke plus. Nice. Mach das nicht noch mal. Haben wir uns verstanden, mein Freund. Gut. Hallo. Ähm. Mann. Ich frag mich, wie ich das immer machen soll. Ich hab doch getroffen eigentlich. Hallo. Lässt mich mal Ruhe. Ja, jetzt krieg ich auf einmal Warpflucht. Äh, Warppunkt, mein ich. Ja. Ist okay. Ist okay, Puncto. Gut. Jetzt bist du tot. Ähm. Was war das denn gerade? Jetzt bist du tot. Haha. Wir haben's geschafft. Sogar Technik S. Aber Zeit. Naja. Ja, Mann. Oh, Moment. Fertigkeiten. Kampf. Müssen wir Kampf machen? Ah, ja. Müssen wir sogar. Er wird den Schaden überraschungsangriffen. Gut, äh, wir bräuchten noch... Moment, 28 noch, oder? Moment. Ja. Wir bräuchten noch 28. Ja. Und, äh, nächste Waffe ist... Also, nächste Fertigkeit ist... Möglich mit einer Kombination aus Warp- und Sprungattacken aus weiter entfernten Gegner. Haha. Und ich würde sagen, zurück zum Regalia. Das geht nämlich so schneller. Anrufung der Götter. Der Kanagi ist es möglich, mit der Göttin zu kommunizieren. Um den Menschen zu helfen, schließt sie manchmal Pakte mit den Göttern ab. Ist doch nice. Gut, ich warte mich, was jetzt passiert. Hey, willst du den Kroosnest ab? Und wenn du willst, zu warten? Natürlich. Ja, aber ich würde sagen... Ne, warte, wir holen uns erstmal die EP ab und dann gehen wir übernachten. Gut. Hallöchen. Hi. Ja, hi. Ähm... Hey, du bist noch im Leben. Ja, ich bin noch im Leben. Gut, ich würde sagen, erstmal Heidtränke abgeben und danach schlafen gehen und dann zum neuen Stadt, schätze ich mal. Was würdest du gerne? Äh, keine neue Informationen. Oh. Wir sind fertig hier. Thanks for your business. Jo. Also, wir sind so an fertig hier. Unser nächster Ziel ist... Oh, wir haben sogar hier eine neue Mission. Wer ist Coctara? Moment, es gab neue Updates. Heißt es, ähm... Durch die neue Updates haben wir neue... Äh... Questgeber, weil... Ich kenne diese Coctara nicht, glaube ich mal. Gut, dann machen wir mal Überraschungen, ne? Dann ist es... So eine kleine Überraschungs, äh... Quest. Ich weiß nicht, ihr wisst nicht. Gut. Ich habe schon alles. Gut, dann, äh... Möchte ich, äh... 15... Heidtränke. Bitte. Thank you. Ha. So würde ich hätte ich nicht gedacht. Bye now. Jo, ciao. Aber erstmal gehen wir übernachten. Ähm... 2000. Äh... Hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber hier gute Ignis und Prompto bekommt ein Level ab. Ist doch nice. Jo, ich möchte hier bitte übernachten. Jo, bitte. Hm. Gut, äh... CTB. Ähm... Leider kein S. Hm. Kriegen wir wieder ein Gespräch oder... Ja, nicht. Ha. Die spielen... Karten. Und natürlich Gladius immer mit seinem Buch. Und? Ich glaube, Pokern spielen die. Prompto hat verloren. Nice. Und wer hat gewonnen, frage ich mich. Gut, dann würde ich sagen, weiter geht's, ne? Ist doch schön anzusehen irgendwie. Ähm... Nee. Gut, ähm... Stylish as always. Ja. Ha. Dann machen wir mal weiter hier. Oh, warte. Hi. Ja, hi. Ähm... Ich möchte gerne mal fahren. Nicht Aufgaben ziehen, tut mir leid. Parkplatz. Golden Key. Fahren wir mal direkt. Wenn es sich schon bietet, dann machen wir es mal besser. Und... Ja. Ey. Das sieht mal eine nice Stadt aus. Ich weiß, wie wir... Ja, da werden wir auch noch später hingehen. Und wir werden mal angeln gehen, würde ich mal sagen. Wir haben lange nicht mehr geangelt. Und ich würde sagen, angeln wir mal. Und wie gesagt, wir brauchen... Angelzubehör. Das werden wir uns auch noch kaufen gehen. Wir brauchen sehr viel... Äh, sehr... Also viel bessere Angelzubehör. Hoffentlich können wir es auch leisten. Wenn nicht, dann wäre es schade drum. Okay. Was passiert jetzt? Müssen wir tanken? Nee, wir müssen nicht tanken. Gut, dann... Moment, Waffenshop. Gehen wir mal zu dem Waffenshop. Hey. We're after this time. Hi. Äh... Du hast nichts Gutes für uns, Farb. Nö, nö. Bis bald. Das machen wir bei deinen Freunden. Also, deinen Zwillingsbrüdern sozusagen. Aber nicht bei dir. Hi. Hallo und willkommen. Hi, ähm... Oh, Bestien haben wir nicht. Okay, haben wir hier was? Zutaten. Nee. Warum bekommen wir keine Zutaten mehr? Das... Nervt mich manchmal immer. Also... Ja. Äh, nee. Nee, nee. Nur Heidrenkel kaufe ich, aber... Mann. Das regt mich ein bisschen auf, dass wir... Nichts Neues bekommen. Alter, das sieht nice aus. Wirklich sehr schön. Wo ist die Sonne? Ach, da. Ja, das freu ich mich auch. Oh, Fischis. König mit Göttern im Dunkelsort. Willkommen zu Golden Key. Okay. Hallöchen. Achso, ich weiß, wer Coctara ist. Diese Frau, stimmt ja. Hi. Äh, warum Herr Jäger? Ähm... Ich brauche ein Ingredient von Tenebrae. Tenebrae? Es ist für eine neue Konfektion, die ich auf unser Menü adde. Ich habe eigentlich geplant, dass ich so ein paar Jahre alt war. In honor ihrer Marriere zu Lady Lunafreya. Aber mit allem, was passiert ist, habe ich es aufgelöst. Ähm, ja. Die Ingredient sind ziemlich rare in Lusis, aber ich hoffe, dass ihr es unterhalten könnt. Ja, und Dankeschön. Ach, Moment. Sind das die Beeren? Moment. Ähm... Olvert-Beeren? Das bekommen wir erst später. Und ich weiß auch, wo wir den bekommen, aber... Äh, ja. Ich möchte gerne Jagdaufträge machen. Oh. Hi. Und ich weiß nicht mal, warum ich dort stehe, aber gut. Dankeschön. Ähm... Jagd. Moment. Schritte in der Dunkelheit. Ähm... Ja, machen wir das, Mann. Oder nee, das machen wir im nächsten Part dann. Obwohl... Moment. Das kann man ja jederzeit machen, das heißt... Nehmen wir das an. Ähm... 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 Ja... Hm... Mir ist geht schon nichts. Und eigentlich... Gibt es hier einen Bug, wenn wir da hochspringen. Moment. Moment. Ich habe mal gelesen, irgendwo... Irgendwann gibt es hier einen Bug. Kann ich das schaffen vielleicht? Moment. Stuhl. 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 Hallo? Ach, egal. Gut. Ja. Ja. Also los. Okay. Nett. Ja, sie ist aber wirklich nett. Und... Ich würde sagen, wir gehen zur Angestellung und dann war es das für die Folge. Und ja. Und im nächsten Part, ich weiß schon, was Gegner lauen wird. Die sind einfach zu stark. Und... Oh, ich merke das jetzt. Gladius hat 2000 Leben. Die sind der drittschlechteste mit einem Leben. Verdammt. Essen schmeckt hier ausgezeichnet, ja. Ich würde gerne auch mal dorthin gehen und probieren. Und selbst beurteilen. Aber naja. Dieser Ort gibt es ja nicht wirklich. Glaube ich. Wenn doch, dann würde ich dort gerne mal essen gehen. Aber... Bestimmt ist es viel zu teuer dort. Hi. Ich möchte hier... Einmal das hier. Dankeschön. Ja, bitteschön. Okay, ich sag mal, bis dann, ne? Ja, wir sehen uns irgendwann. Ähm, Leute, ich würde sagen... Moment. Welchen Talente? Moment. Level 4. Ignis hat das wenigste. Also... Ja. Ich würde sagen, wie es dann weitergeht. Ob wir einen großen Fisch angeln würden. Oder ob wir Schwierigkeiten beim Jagd haben werden. Das werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Ich sag mal schon mal, bis dann und tschüss.